Den Auftakt hat einer gemacht, der schon alles kann und zum Abschluss haben wir einen eben solchen und es ist ja irgendwie passend für diesen Abend, an dem wir so viele Siegerhengste gesehen haben, dass ein weiterer Siegerhengst nun den Abschluss hier bestreitet. Vom Gutschönen Weide aus dem Kreise Eutin angereist mit Hannes Lütt im Sattel. Hier ist Fürst Fabrice, OLD. Vom Fürstenball aus der Casablanca von Sandro Hidcastro. Neun Jahre jung, hocherfolgreich in der schweren Klasse. Dieser so typstarke und in Sachen Modell und Exterieur makellose Sohn des Multichampions Fürstenball. Siegerhengst seiner Körung. Dann folgte ein guter Hengst-Test das Bundeschampionat. Da war er Finalist. Er ist ein Musterknabe. Einer, der einfach immer im richtigen Moment alles richtig macht. Bis zwei Sterne ist, bis Intermedia 1 erfolgreich. Hier diese weitgreifenden Traversalen. Hannes Lütt, der ihn so erfolgreich auf Turnieren darstellt. Er ist auch schon Vater eines ersten gekörten Sohnes dieser Neunjährige, der aufgrund seiner äußerst typvollen Fohlen auch ausgezeichnet wurde vom Oldenburger Verband im Rahmen der Hauptprämie. Und dazu diese Oldenburger Mutterlinie mit einer Großmutter, die selbst bis M-Springen erfolgreich war. Mit einer Mutter, die auch noch mit Fiedertanz den Lonkens Fiandro, den Reservesieger der Leistungsprüfung Neustadt Dosse, zur Welt gebracht hat. Und aus dieser Linie auch Elevation vom Ecuador. Herrlicher Grand Prix-Hengst in den frühen 80er Jahren. Aber er macht sich nicht mehr mit dabei. Herr K 감사합니다. Vielen Dank. Am kommenden Sonntag Können Sie einen Wochenendtrip planen Richtung Eutin Da ist das Züchtercafé angesagt auf dem Gutschönweide Können Sie alle noch einmal sehen Und Hannes hier auf dem Weg zum Drei-Sterne-Niveau Dieser Pirouette hier, schön gesetzt Hochkonzentrierter Hengst Wie gesagt, er macht immer einfach alles richtig Und vom Fleck weg dieser super Schritt Tiefenentspannt, aber konzentriert Hannes Lütt Fürst Fabrice OLD Unser Schlusspunkt, Hannes Diesen Schritt würden wir gerne noch sehr lang anschauen Aber Wir sind am Ende Der 31. Hengstschau Der Hannoveraner Privatschäler Und wir haben alle Kraft Noch einmal richtig Schwung zu geben Und sagen Dankeschön Allen, die es organisiert haben Allen Zweibeinern Und vor allem den Hengsten Die uns eine wunderbare Schau mit breitem Genetischen Pool Präsentiert haben Dankeschön Vielen Dank Bis zum nächsten Jahr Kommen Sie gut nach Hause Und Glück und Gesundheit im Stall Dankeschön Fürst Fabrice OLD Hannes Lütt Kommen Sie gut nach Hause Kommen Sie gut nach Hause Kommen Sie gut nach Hause